Seit über 20 Jahren ist das Schiffer Service Team für seinen vorbildlichen Service rund um Fernsehen, Video, HiFi, DVD und Antennen sowie SAT-Anlagen bekannt. Schon vor längerer Zeit haben wir erkannt, dass es nicht wichtig ist, alle Fabrikate zu führen. Viel wichtiger als die Produktbreite ist die Produkttiefe einzelner guter Hersteller. So finden Sie bei uns in Kohlscheidt auf 400 Quadratmetern Geschäftsfläche eine der größten Ausstellungen von Bang & Olufsen, Löwe, Bose und anderen Qualitätsmarken. Und gibt es einmal ein Problem? Ob Reparaturen, Wartungen oder Neuinstallationen, unsere Meisterwerkstatt und die Außendienstteams sind immer für Sie da. Lassen Sie sich von unseren hochmotivierten und gut ausgebildeten Serviceteam beraten.